Willkommen zu der neuen Viererseite Alteball Team Squad Bans Rewards Ja Leute, ihr seht, nicht wirklich viel gespielt Diese Woche werde ich das wieder in Angriff nehmen Dass wir dann auch Besser Rewards haben 3-Pack-Summer Und wir fangen mit dem Goldpack an Da wird eh nichts drin sein Vielleicht einer der durchgehen würde, das wäre nice Nimm mal mit So Nächste Pack Auch nix Auch nix Ja gut Nix 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 Und Premium Goldpack Nr. 2 wird jetzt geöffnet Schade Ja War aber auch irgendwie klar, dass da nix durchging Ähm So Leute Ich würde einfach sagen Ich warte noch mal bis 19 Uhr so ab Und guck da mal was rauskommt Und ja, vielleicht kommt da was Spannendes raus So Leute Es ist leider nix rausgekommen Aber war mir irgendwie fast klar Warten kann man ja trotzdem mal Ähm Weiß man ja nie Aber Leute Ähm Ja Ja Morgen kommt ein sehr Nices Video aus Es hat nix mit FIFA zu tun Aber Leute Ähm Und Und Ja Ich nehm gleich noch ein neues Video auf Neues Video Format Darauf hab ich sehr Bock No joke Und dann würde ich sagen Sehen wir uns Ne Dann würde ich sagen Das war's dann einfach von diesem Video Lasst ein Like und auch Oder wenn es euch gefallen hat Wenn nichts mehr auf meinem Kanal verpassen wollt Dann aktiviere die Glocke Bis zum nächsten Mal Ciao